moin freunde und willkommen zu einer neuen folge minecraft baum heute mit dem monstner finger ja ich bin da ok also das ist jetzt die folge die ich nach dem stream aufnehmen wie man hier vielleicht auch sehen kann da ich auf einer eivage stehe ja was habe ich gemacht ich laboriert so dass man sich sprechen kann also erstmal habe ich zwei cool sachen gemacht auf jeden fall ich bin zweimal gestorben das war richtig töfte muss ich sagen dann habe ich hier noch ein paar maschinen aufgebaut mit capisator bank etc die sehr schnell aufgeladen wird übrigens wo noch einmal sachen zerstört wird habe ich jetzt ein segment habe dann habe ich hier ein portal zumindest weil ich glaube schon braucht wie ihr sicherlich gesehen habt und jetzt darf man uns da auch mal sprechen ja hey bei mir ist es schon die dritte folge jetzt nach dem stream im letzten folge sind wir eben in die mini gegangen weil somit gekriegt haben wir haben null eisen und wir bräuchten langsam welches das letzte eisen habe ich für eine schere geopfert damit wir auch blätter abbauen können und das haus zu verschönern das kann man wie kriegt man eigentlich uranium also uranium habe ich aber wie kriege ich das geschmolzen hier ist wieder ein skelett mit einem guten bogen was ist das das ist uranium nicht klein uranium kriegst du nicht klein wie das das geht in der segment nicht uranium geht glaube gar nicht doch geht im mace raider schon gottes wenn hier sind überall skelette ich habe kein bock hier das ist nervig ich gehe woanders eisen abbauen auf jeden fall was heute der plan ist also habe ich ja am anfang der folge gesagt und ja genau geh weg tommy pikmin raus hier weg ach ja das habe ich schon mitgekriegt der greift mich an aber dann chillt jetzt ja ok auf jeden fall ist habe ich ja gesagt ich möchte blatt magic machen aber das wird jetzt mal verschoben weil ich weil ich jetzt bien anfange eigentlich wollte ich hirschwimmen machen aber diesen mod gibt es ja hier leider nicht drauf ja tommy geh schwimmen ja dann mache ich auf jeden fall ihn was in die nächsten folgen passieren wird aber davor werde ich noch mit den multi blöcken von forestry eine farm machen weil ich ja noch ein paar bäume nach pflanzen muss ein paar oak saplings pflanzen und alles sowas ein paar hast ja noch in der kiste von mir irgendwo ich weiß nicht in welcher das reicht so ich muss fünf pflanzen meine ja oder ja habe ich dir im stream welche gegeben noch zum schluss 1 so leck mich fertig ach ja und der hauptgrund wofür ich eisen brauche ist ich muss meine elektrik wieder aufbauen ich habe ja einiges verloren durch das abbauen und übrigens wenn du mal zu mir hinter kommst da sind jetzt richtig viele bäume gewachsen weil ich ja durch einen sterben mal redwood trees pflanzen musste dass einer im wasser gespawnt er ist so riesig der ist fast doppelt so groß wie mein baum 0 trotzdem nicht umziehen ich mag meine ecke dies cool das hier oben auch so auf jeden was brauchen wir wir brauchen ein der monik fabricator kohle kann man auch mal wieder mitnehmen wir brauchen wieder kohle ja wie du meinst der monik fabricator das braucht man dafür ein sturdy casing dafür brauchen wir brauchen so gold und glas wird müssen wir doch haben wir karl kohle haben wir erst mal genügend ich bin ein idiot was und ich habe ein ignis extruder ja und da drin habe ich ähm lava und wasser der macht kubblestone und das lagert er alles in den kisten rein oh mein wieso hast du da lava und wasser reingemacht wenn du da kubblestone produzierst äh weil ich obsidian brauchte naja dann machen wir das jetzt eben schnell zu sand wir haben wir genügend energie ich möchte ach übrigens wir haben ähm äh drei fotovoltaikzellen die sind echt cool ach zombie jetzt geht doch mal hier weg fall runter tschüss what the fuck was denn ähm ich habe gerade unter mir abgebaut auf einmal neben mir lava gewesen aber war fledermaus und bin dann schnell rausgeflogen bevor die lava rüber geschwommen ist so jetzt wird die garten der ganz gab es dann in sand verwandelt der wird dann trüben zu er geschmolzen zu glas das passt alles so das wollte ich gerade machen ganz okay da ist nur ein baum ich dachte schon dass ein creeper wie macht man noch mal sturdy case papa und hin wir eigentlich alles in der kiste haben wenn ich gewinne kennt ihr mittlerweile von mir ähm so heini aaron popper paris kennt hin ja hin habe ich auch ganz große probleme ich habe richtig große probleme in dem projekt ich habe schon wieder keins gefunden bis jetzt da muss ich sein ach so ja man könnte vielleicht mal die in or berries bische aufstellen ich mag die nicht irgendwie so wir haben noch 14 tinnen das passt erstmal geben mir zu wenig ertrag beurte ist so jetzt haben wir es mal vorgesagt für die nächste zeit ach ja wir gehen auch noch mal zum dungeon habe ich mir so überlegt denn und dann kann es mal reinschreiben wo das dorf ist verdammt ich glaube minus 111 soweit war ich auch und irgendwas 420 x oder minus 420 irgend so was war es wo ich dann noch mal in der folge kommen zumindest in richtung meines baumes meines neuen baumes und dann ein stückchen von dir aus einfach gerade durch über meinen baum gerade durch müsste irgendwann eine wüste kommen dass in der wüste was jetzt haben wir schon jetzt haben wir den teononic fabricator gucken wegen den farbenblocks wie man die macht die macht man mit stone bricks copper elektron dafür brauchen wir wieder tin und redstone ich suche auch die ganze zeit gerade das wird irgendwann die zeit kommen wo ich hin lieber finde als diaz das sieht gerade für mich echt so aus als hätten die von der häufigkeit hin und sagt schon hier silver ohr getauscht ich finde überall silver ohr aber kein tin auch ein schlaues stück mensch was hat da bin ich der benutzer elf ok dann energy conduits wo wo sind die conduits das habe ich umgezogen bin so schnell wo also ich wurde komplett weggesprengt ach ja das war so schön ihr könnt meine ich könnte meine lache in meine in meinem stream am montag verfolgen letzten montag das ist ja auch eine montags folge dabei oder ja das ist eine montags folge bei mir so das wow ich habe die größte schlucht der welt gefunden sie ist ganze zehn blöcke nein 20 blöcke lang ich habe kein essen ich habe noch ein paar büsche bei mir stehen ich habe essen gefunden zur note gehst du zum ein büschen ja ich habe auch ich habe auch noch nirgendwo aber so müsste ich vorstellen so ist es im stream die ganze zeit abgegangen ich habe einen halben herzinfarkt bekommen und also was ja so hast du mal schnell tag gemacht alleine ja jetzt müssen wir nur 50 prozent schlafen das ganz praktisch ja so und wir sind hunger wir sind wir voll hunger denn hier gerade ist zehn her zur not bei meinem alten haus du kannst ja jeden buchstein klauen den du haben willst da gehe ich eh nicht mehr hin und ich habe auch klein gefunden wo jetzt haben wir das jetzt brauchen wir die farben blogs brauchen wir für die farben blogs brauchen war stone bricks irgendeine holzart stone bricks haben wir noch okay jetzt haben wir schleim bällchen ok ich habe einen schleimigen schleim getötet der schleim halt 3 farben blöcke die bringen uns aber noch scheiße wir brauchen 9 36 davon eine farm aufzubauen ok ich habe fast zwei stacks eisen gerade im inventar da ist lava da gehen wir nicht weiter wieviel tin haben wir ich habe erstmal genügend glas ein tin geil ich habe auf meiner gesamten tour ein tin gefunden oder was wahrscheinlich habe ich mehr gefunden aber bin dran vorbeigeflogen oder so ja ich glaube dann gehen wir auch gleich nochmal in die wien ah hier ist tin bist du auch durch den unterwassereingang immer rein wie durch meinen wir können natürlich auch mal meine flohturte aufstellen ah hast du dir eine flohturte gemacht ja es wurde doch jetzt nicht verboten dass wir turtles aufstellen können oder nö turtles ist beliebig turtle kannst du machen dann setze ich jetzt erstmal eine turtle die sich einmal da durchgräbt oh god ah das ist ein skeleton 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 ja 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 ich nehme meinen test mit hoppitches dring runter ping jetzt wieder da werde ich noch da ich kann euch jetzt mal mein neues zuhause mein altes zuhause zeigen achja das komplett zersprengt na fucken die könnte ich vielleicht auch mitnehmen das sieht so aus hier ist ein creeper explodiert und ja ich finde es so schön dass topix jetzt etwas sauer auf mich ist weil ich seine dias die er sich markiert hat einfach abgebaut habe dass er sich markiert damit er mit einer fortune spitzhacke abbauen kann und ja ich habe sie selber gefunden und habe sie abgebaut so machen jetzt mal hier excavate da mal rein na geht weg so so langsam finde ich tin ich bin glücklich ich habe gedacht hinzufinden jetzt 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 am besten hin alter hier ist schon wieder die creeper armee ne da gehe ich nicht hin könnte aber jessen was warum steht hier ein piston äh im dorf oder wo nein hier steht einfach ganz random piston naja jetzt ist er meiner im dorf stand auch einmal random piston rum ähm so wo stellen wir jetzt am besten die turtle auf so dass sie noch im chunk ist der geladen ist am besten baust du dir ein chunk loader hast du noch ein enderman so ich glaube chunk loader war hier die regel drei drei chunks glaube nur oder ja vierundzwanzig chunks aber nur drei chunk loader ach so drei chunk loader 24 chunks ja so refuel oder so drei spot loader das wäre mal eine regel we will all excavate 10 so gut viel spaß ähm hm wo ging es noch hier raus ah hier ging es raus ok sollte noch alles geladen sein gut dann fliegen wir mal wieder nach hause wir haben jetzt ein bisschen Eisen dabei holy so der tin fabricator Mensch sieht der Wald cool aus also mich freut das grad voll kann man nicht irgendwie tin herstellen das muss doch auch gehen äh wenn du mit Juju Meta arbeiten willst gerne aber sonst nicht wir er er übrigens ich habe auch meinen fabricator also meine ihr sagt schon meine smelterie aufgebaut habe bloß noch keine lava mir geholt Leute, das geht wirklich. Was denn? Ein wirklich Tin herstellen. Okay. Ah, wir haben sogar noch einen Mesa-Waiter. Leute, das geht ernsthaft, wirklich. Alles das denn? Das hier drinnen, machen wir später. Gehen wir noch mal runter, bauen erstmal Mesa-Waiter. Achso, das heißt, wir machen uns jetzt einen Squeezer. Ich klopke mir hier mal Random Mesa-Waiter und Generator hin. Die werden eh noch... Lisa, dafür brauchen wir wieder ein Sturdy Casing. Wir haben ja alles schon vorbereitet. Und wir brauchen... Wow, wir brauchen Tin und ich habe alles weggehauen. Wow. Haben wir noch eine Lumber-Ex? Nee, wir haben keine Lumber-Ex mehr. Seine... Haben wir noch irgendwo Stein? Ja, hier haben wir noch ganz viel Stein. Irgendwo was... Stein an den... So. Dann gehen wir uns da hinten mal aus dem Stein eine... Hier aus dem Stein eine Lumber-Ex machen. Also, wir machen erstmal das. Okay, ich habe noch fünf Tin und das ist GG. Hä? Wo ist denn das ganze andere Zeug? Jetzt kommt das Tin-Ohr da rüber. Das geht ernsthaft hoch. Oh, nee. Jetzt habe ich das unten liegen gelassen, ich Idiot. Wo ist das Tin? Das Tin... Äh, nee. Das war eine Folge. Ja, da hat der Nauna mal eine Folge benannt und... Das war der kreativste Name überhaupt. Wo ist das Tin das Tin? Oh. Oh. Hm. Hm. Ich muss trotz... What the... So, dann haben wir jetzt... Jetzt sind wir schon weiter. Wir haben irgendwas hier auch Double-Air-Capacitor drin. Die ist... ...Energy Surge and Speed. Ach so. So, jetzt haben wir wieder 10 davon. Kann... Da wieder das... Ne, da kann dann wieder das Sand rein. Das darf wieder fein durch. Sonst wäre diesen... ...Freezer. Okay. Jetzt sind wir dahinten, da haben wir aber nicht alles, weil wir noch Glas brauchen. Aber wir sind ja vorbereitet, wir haben ja gefühlte 106 Glas. Und ich gehe mir mal einen... ...Junglewood-Baum... ...Jungle-Baum-Felden. Also wenn jemand... ...wenn jemand wirklich irgendwas braucht an... ...Glas, dann nimmt's mir... ...dann nimmt's von mir. Ich brauch doch... Äh... ...in der letzten Folge ein Glas und das kann ich mir auch selber machen. Hahaha. Ähm... Viel Glas werde ich nicht brauchen. Obwohl doch. Hier... ...mach uns ne Pumpe. Oh, ist das geil! Hahaha. Alter, es ist ja billig. Riesendschungelbäume regnen auf mich herab. Hahaha. Lol. Ich liebe die Lumber Eggs. Hast du die für eine gemacht jetzt so? Stein einfach. Reicht ja aus. Äh, ne, das ist zu nah bei meinem alten Haus. Das würde ich nicht verschandeln. Die Gegend. Ich könnte theoretisch Tobik's Haus fällen, aber das ist sehr fies. Einfach das Haus von ihm komplett gefällt. Das brauchen wir. Für eine Expansion brauchen wir. Okay, so kriegt man Holz, Leute. Ich hab gerade einfach... ...habe zwei Schläge gemacht und hab... Äh, wie viel Stacks Holz? Drei Stacks Holz. Ja. Also, ich hab das Einsen... ...das Einsen. Ja, das Einsen, glaube sinnvoll ausgegeben. Ähm, so, das... ...das... ...brauche ich denn noch viel, meinen wir? Eisen, nur noch. So. Das... ...das Pantrain. Dann haben wir die Mine... Äh, äh... ...Miningville. So packen wir in Tank, damit das zur Pumpe. So. Dann holen wir uns... ...undere... ...macht den Eimer. Wir holen uns vier Eimer für Wasser. Eine unendliche Quäle. Und da sind jeder mit diesen Squeezer. Das ist der... ...good job. Ähm, dass der permanent eben Sachen herstellt. Zu einer 5% Chance. Nein! Mein Generator ist kaputt. ...und meinen Macy-Waiter. Und ich ertrink, glaube ich. Ich hab zwar noch einen Generator, aber... ...diese eine Ecke war nicht ausgeleuchtet. Geil. Ja, das kenn ich irgendwoher. Hm. Egal. Passiert. Paul, können wir mal Nacht lassen? Äh... Ja, meinetwegen. So, jetzt machen wir das so. Alle Leute, die es gerade nicht verstehen, weil ich hier mache. Ich mache jetzt, äh... Ich verwandle mich jetzt erstmal zurück. Menschen, mach hier eine unendliche Wasserquelle. Jetzt reizen, jetzt klatsch ich hier alles voller Fackeln. Oh. Hier stehen wieder eine Pumpe hin. Zack. Der ist nicht echt hier drin in dem kleinen Scheißraum gespawnt. Ich krieg's kotzen. Ah! Ich weiß, ich kann nicht verstehen. ...oder machen, wie ich hier... ...die merke. Was freut sich da hin? Zumindest haben wir keinen Carpenters Block verloren. Ich hab keinen Bock, die nochmal zu craften. Was? Du machst mit Carpenters? Äh, ein bisschen was. Ich wollte keine Treppe haben, sondern eher so einen... ...weg nach oben, so einen schrägen Weg nach oben. Und das geht halt nur mit Carpenters. Und das eben in meiner Holzfarbe. Ja, okay, das macht Sinn. Und von denen gibt's keine Treppen. Oder ähnliches. So. So, jetzt haben wir das. Jetzt kriegt der... Jetzt kriegt die Pumpe. Gut, Planänderung bei mir. Wir müssen uns einen neuen Mace-Awaiter craften. So, jetzt nehmen wir hier den Fluid... ...Duit Budenpike. Die war Alp-Sealand und die war... Achso, wir sollten erst mal unsere Rüstung wieder anziehen. Die haben ja... ...Sachen hier haben wir ja hier genügend davon. Also. Alp-Sealand. Seit drum das. Holz in die Mitte. Wir müssen hier erst mal Eisen. Ach nee, Quatsch. Falsches Holz. Wir machen das alles mit Charcoal jetzt. Hier das hin, dann wird das zu einer Fluid-Pipe. Was brauchen wir? Nehmen wir jetzt noch... ...einfach nur, weil wir es können, nehmen wir eine Gold. Ne, ich so weiter, was brauchen wir? Noch ein Electronic Circuit. ...Haben wir eigentlich Kopper? Ein bisschen was, okay. Dann lassen wir das erstmal mit dem Eisen schmelzen und schmelzen erstmal Kopper. Ja. Nein, kein Eisen, Kopper. Hä? Nein, warum hab ich denn mein Kopper da? Boi, jetzt brauchen wir noch zwei Kakteen. Na, Alter, die Kakteen sind schon wieder. Ja, aber eigentlich haben wir, ich mich nicht. Wenn ich... Ach, wir nehmen die jetzt dieses Leinballe. Brauch... ...so kein Schwein. Ah, so. Haben wir schon mal vier Kabel, das Ding brauche ich. Wer hier noch? Ich weiß, das ist jetzt völliger Verschwendung, ich habe aber YOLO. Alter, hier steht ein Enderman außen an meinem Haus dran. Das macht mich voll wahnsinnig. Äh, was wollten wir jetzt noch nehmen? Wo ist denn unser Hammer? Ah, da ist unser Hammer. Unser Knopf ist dick. So. Gut, dann gehen wir an den Crafting Table. Haben das ganze Inventar natürlich wieder vollgeschissen. Bis zum Rand. Geht nicht so, dann werden wir... ...weiß ein Zinn. Wieso brauchen wir... ...Waterside, die brauchen wir uns Empty Cell. Jetzt habe ich wieder was vergessen. Achso, wir müssen noch Bäume pflanzen. Äh... So. Ich darf wieder Wetwood Trees pflanzen gehen. Aber das mache ich gleich... Brauchst du noch Tag? Äh, Nacht? Ähm, ich... ...gleich los, deshalb... ...so. Äh, dann mache ich das hier ganz schnell einfach. Äh... ...mach mal hier so einen Redwood Wald. So. Geh auf Enderman Suche. Äh, hab ich hier noch einen hin. Erstmal geht er gucken. Okay, das war der Timer. Nein, wir machen jetzt noch weiter. Na gut. Äh... Ich kann auch einfach im Nachhinein cutten, glaube. Soll ich einfach cutten? Äh, wollen wir im Nachhinein cutten? Warte noch kurz, ich muss... Ich kill gerade Endermänner. Dann lasse ich Zeit jetzt einfach nochmal laufen und dann... ...sag ich einfach mal... Nee, das machen wir nicht. Das ist... Na gut. Warte, ich... Äh, wir können gleich Schluss machen. Ich will nur kurz den Enderman hier kennen. Lass der auf mich. Und ich sterbe! Nicht verrechnen, am Enderman. Äh, so. Ja, du Enderman. Ich benutze schon mal weiter Charcoal. Äh, haben wir... Ja, 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 ja. Warum hab ich das E genannt? Ich bin doch ein Niko. Ja, 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 ja. Wir können die Folge Schluss machen. Ich hab einen Folgentitel. So oben. Äh... Warte, ich bin gleich oben. Warte, 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 warte. Ich bin oben, ich bin oben, ich bin oben. Ich kriege keinen Schluss noch. Okay, gut. Dann würd ich sagen, äh, bis zur nächsten Folge. Tschau, Leute.